Viele Abnehmkonzepte basieren auf Rezepten mit ausgesuchten Lebensmitteln oder gar speziellen Diätprodukten, die häufig teuer oder schwer erhältlich sind. Oft ist dann auch die Vorbereitung besonders aufwendig oder aber das Anrühren von Fertigprodukten ist alles andere als familienfreundlich. Kein Wunder also, wenn Ihre Diät nie richtig funktioniert. Machen Sie jetzt Schluss damit. Denn das A und O einer langfristig erfolgreichen Ernährungsumstellung ist ja deren Alltagstauglichkeit. Begeistern Sie auch Ihre Familie für gesundes Essen und leben Sie gemeinsam gesünder. Was liegt also näher, als ganz normale, unverarbeitete Lebensmittel einzukaufen, die Sie eben in Ihrem Supermarkt um die Ecke und das zum kleinen Preis erhalten? Wollen Sie auch erfahren, welche dieser Lebensmittel speziell für Sie geeignet sind? Oder wollen Sie für alle Familienmitglieder die gleichen Zutaten verwenden und Ihre eigene Mahlzeit jeweils nur ein bisschen abwandeln? Dabei bringt Ihnen Ihr individueller Ernährungsplan einfache Rezepte, die sich innerhalb weniger Minuten auch zubereiten lassen. Und Sie erhalten viele gute Ideen, wenn Sie Beruf und Ernährung unter einen Hut bringen müssen. Von gesunder Vorratshaltung bis hin zu Vorschlägen für schnelle Büromahlzeiten. Klingt doch gut, oder? Und wie funktioniert diese alltagstaugliche Ernährungsumstellung? Dann schauen Sie mal auf diese Website. Dort finden Sie einen Betreuer, der Sie persönlich in einem kostenlosen Erstgespräch berät.